Oh je, die Aktien kommen ganz schön heftig nach unten und manche einer hat das Schwitzen schon begonnen, obwohl es, naja, doch relativ warm heute ist, aber noch nicht so super heiß, aber heiß her geht es an der Börse und zwar ziemlich deutlich nach unten. Der S&P, wir sehen das gerade jetzt hier im Future, 4180 vorbörslich so circa, das ist schon eine ganz heftige Hausnummer, wie man meinen könnte, aber ihr habt euch das Wochenendvideo vielleicht von mir angeguckt, zum Thema die Indizes, kommt jetzt der Crash, ist das jetzt eine abgemachte Sache, wie realistisch ist das Ganze, vielleicht habt ihr das Video schon geschaut, sonst schaut es euch gerne an, da habe ich das große Bild beschrieben und demnach, ich will das nicht zu sehr spoilern, ihr könnt es euch in Ruhe hier angucken, aber ist das, was wir hier haben, zwar im Moment ganz schön dramatisch, aber auch nicht viel größer als das und das wäre ja absolut passend als erste Bewegung, dann gibt es vielleicht eine Pause und nochmal eine. Also, Rücksetzer ist da, ja, das ist aber eigentlich auch gut so, denn viele Aktien hungern nach einem Rücksetzer, die warten eigentlich nur darauf, dass der Kurs richtig deutlich nach oben geht. Ich kann mal kurz gucken, ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Apple, darüber hatten wir mal gesprochen, viele sagen auch immer, Mensch, du musst mal konkreter was machen, ja, aber das mache ich ja nicht in diesen Videos zu den Indizes, das ist bei den Einzeltiteln, aber wo wir, und dann findet ihr das bei Born for Trading, da schlage ich dann ganz konkret ganz, ganz viele Titel vor, manchmal ausgesuchte eben im Trade des Tages, schaut euch das gegebenenfalls auch an, das kostet ja sowieso nichts, da ist nicht ganz so regelmäßig, aber ihr kriegt dann trotzdem immer wieder auch mal Trade-Vorschläge gemacht, vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei, wo ihr sagt, hey, da mache ich doch ganz gerne mal mit. So, aber ihr seht, dass Apple zum Beispiel riesen Anstieg gehabt, ja, lasst den armen Kerl doch mal ein bisschen zurückkommen, ich will jetzt gar nicht so sehr auf Einzelaktien gehen, das ist jetzt nur mal symbolisch für die Titel, die alle so stark gelaufen sind, ihr könnt auch eine AMD euch angucken, ihr könnt euch eine 8, was weiß ich, das erzähle ich euch, da gibt es dutzende Titel, die wunderschön nach oben gelaufen sind und jetzt einen Rücksetzer verdient haben. Den sehen wir jetzt bei den Indizes, also insofern noch keine Panik, aber mehr will ich jetzt zum übergeordneten Bild gar nicht sagen, denn das habe ich ja vor wenigen Stunden, also am Wochenende oder für das Wochenende für euch vorbereitet und schaut euch das Video an. Aber für alle Intraday-Freunde, die Überlegung, wie sieht es da aktuell aus? Was sollten wir denn aktuell tun? Eigentlich ist das Bild sogar ziemlich ähnlich, nur in die umgekehrte Richtung. Wir hatten hier so diese ziemlich scharfe Abwärtsbewegung, hier irgendwie eine Korrektur, über die kann man sich jetzt streiten, ob die exakt jetzt so aussieht oder nicht, aber wir sind halt weiter in der scharfen Abwärtsbewegung und ich würde mich nicht wundern, wenn wir früher oder später mal irgendeine Korrektur bekommen. Ja, früher oder später, kriegen wir sie denn jetzt? Gucken wir doch mal im 5-Minuten-Chart, ob sich da irgendwie was abzeichnet. Immerhin sehen wir, dass anders als hier scharf abwärts, scharf abwärts, scharf abwärts, scharf abwärts, scharf abwärts, im Moment abwärts nicht mehr so scharf ist. Also ich sehe eine gewisse Chance, dass wir heute vielleicht sogar ein kleines Anstiegchen bekommen. Ich sage mal vorsichtig, Anstiegchen, das kann durchaus auch größer werden. Das kann ich jetzt wiederum raten, ob das das passiert oder nicht, aber zumindest mal ist die Abwärtsbewegung in der Chance mit so einer Bewegung jetzt mal so ein bisschen in die andere Richtung zu kommen. Wie habe ich das jetzt noch mal gemacht? Na ja, achtet drauf. Wir hatten hier einen Hochpunkt und wir sind ohne zu wackeln runtergelaufen. Ein Hochpunkt, dreiwellig sogar noch, ohne zu wackeln runtergelaufen. Korrektiv nach oben, ohne zu wackeln runter, ohne zu wackeln runter. Oh, ihr seht ja schon selber. Und jetzt hier, ja was war das mit dem Wackeln? Ja immer auf die Gegenbewegung achten. Immer wenn Gegenbewegungen überschneidend sind, ist das eigentlich kein so gutes Zeichen. Also insofern ist das nicht mehr so stark. Das lässt hoffen, dass vielleicht schon sofort oder aber in den nächsten wenigen Stunden wir irgendwie mit der Anstiegsrechnung rechnen, äh, äh, mit der Drehbewegung rechnen können. Ihr seht allerdings auch, auch das ist noch dreiwellig und ich habe es eben so ein bisschen gesagt, wenn das wackelig nach oben oder eben so dreiwellig ist, ihr seht das hier so wackelig hoch oder hier sieht man so ein bisschen dreiwellig, ich habe es jetzt übermalt hier, dann sind das eigentlich ganz gute Zeichen. Also, jetzt noch zu shorten finde ich nicht so, also über den Index jetzt, einzelne Titeln ist immer noch mal was anderes, aber jetzt den Gesamtmarkt, den S&P 500, ihr seht das hier, das ist der Future da drauf, den jetzt noch zu shorten, ich weiß nicht, ich finde das nicht mehr so attraktiv, wenn ich mir das angucke. Können wir schon longen gehen? Also mögliche Long-Szenarien sind immer solche Zwischenhochs, gerade wenn das Korrektiv runtergeht, solche Zwischenhochs. Das ist jetzt nicht eine Ansage und dann gehe ich doch jetzt schon long, wenn er eh sagt, dass es hochgeht. Aufgrund dieser Geschichte würde ich mich nicht mal wundern und schon gar nicht ärgern, wenn er noch mal ein bisschen tiefer geht und er dann noch mal stark hochgeht, eben nicht dreiwellig und dann wackelig runterkommt. Das wäre mir sogar fast noch lieber. Also ihr seht, wir sind so in einem Bereich, wo ich sage, könnt ihr nicht langsam drehen und ich habe euch hier so ein bisschen die Symmetrie eben gezeigt, diese Länge und diese Länge. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, es wäre zumindest mal sehr typisch, wenn der Markt, ich zeichne das mal hier im 4-Stunden-Chart nochmal, wenn der Markt jetzt hier nochmal zack, zack, nochmal einmal runter, ein bisschen hoch geht, nochmal so eine letzte nach unten und anschließend eine Korrektur macht, naja und danach das da hinten nochmal, so ähnlich wie das, was wir da vorne haben. Wäre auch im Bullenmarkt noch nicht zwingend das Ende. Es ist immer noch möglich, dass das nur eine Korrektur ist. Es gilt weiterhin der Spruch, wer solche Sachen nicht aussitzen will, ja, der muss halt vorher raus. Ich habe da viele Stopp-Vorschläge gebracht, zum Beispiel Parabolik auf 4-Stunden-Basis, wer es sehr eng haben will auf Tagesebene. Das hatte ich aber letzte Woche schon erklärt, ist ja eh schon durch. Wer sowas nicht aussitzen will, wer Angst hat, nö, dann verpasse ich wieder, oder dann verpasse ich den Ausstieg wieder, dann gehe ich da halt dann raus, das sind die engen Stops. Wer ein bisschen länger drin bleiben will, da hatte ich dann, ihr seht hier noch die Zeichnungen erklärt, habe ich es wie gesagt in meinem Beitrag, dann die etwas weiteren Stops, die ihr dann einfach ertragen müsst, weil ein Rücksetzer dieser Art noch völlig in Ordnung ist. Das gilt natürlich für den Dow Jones ebenfalls, auch wenn hier so ein bisschen der Panikversuch da ist und man den Eindruck hat, ah, jetzt müsste es doch eigentlich hier dramamäßig zugehen. Naja, also ich sag mal so, im Moment ist alles noch in einem normalen Ausmaß, auch hier gilt, ihr habt hier die roten Pünktchen noch, ihr seht hier die Werte sogar noch teilweise, ne, das ist falsch, das ist nicht der Wert, das ist der Wert hier für den oberen Punkt schon, aber ihr seht das hier bei 500 ungefähr, 510. Also, das sind die normalen kleinen Ausstiege für die Langzeitbullen, die im engen Rahmen eben hinterher ziehen, beispielsweise. Das ist nur ein Stopp-Vorschlag, ich benutze den gerne. Also, wer jetzt sagt, Mensch Rüdiger, du musst mir jetzt sagen, was ist der beste Stopp? Das erzähle ich euch dann im Nachgang, wenn wir alle wissen, was daraus passiert ist. Das ist Quatsch, im Vorhinein zu sagen oder glauben zu können, ich weiß im Vorhinein, was der sinnvollste Stopp ist. Aber ich kann sagen, will ich eng stoppen, dann bin ich vorsichtig, sehe ich ja viel ab, aber muss halt notfalls etwas aktiver sein, weil ich wieder rein muss, weil er doch wieder dreht oder eben nicht. Oder sage ich mir, nee, das will ich, ist mir alles zu mühsam, hin und her und rein und raus. Ja, dann muss ich diesen Rücksetzer eben abwarten können. Also, auch hier gilt, die Abwärtsseite ist noch im Laufen. Vielleicht haben wir bald die Chance, raus, dass es dann mal so eine kleine Gegenbewegung eben gibt, so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben. Also, ich deute das mal so ein bisschen an, dass es in etwa vielleicht so aussehen mag, dann ein bisschen nach oben nochmal wackelt, nochmal nach unten. Das Pandor zu eigentlich dieser Geschichte wäre das in etwa. Also, ich halte das für sehr typisch, für sehr realistisch, dass wir mit sowas rechnen können. Also, für heute Nachmittag jetzt Long oder Short? Sag mal was. Genau. Ja, ich sehe es noch nicht. Also, ich sehe noch null Ambitionen für einen Einstieg. Da werde ich häufig gescholten und so von wegen, ja, und dann ist es gestiegen. So. Und, Rüdiger, du hast gesagt, kein Anzeichen für einen Anstieg. Nee, es ist ja noch kein Anzeichen da. Das heißt ja nicht, dass es trotzdem losgehen kann. Aber zu sehen ist da im Moment nichts. Ich kann natürlich immer aus der Hüfte schießen und sagen, oh, die Kurse hier alle gleiches Niveau, da dreht der ganz bestimmt. Das funktioniert ja auch immer super. Ja, gleiches Niveau, dreimal angeditscht, doppeltief, da, wenn er da dran kommt, der dreht der 100%. Das ist immer so. Lasst euch da nicht einwickeln von irgendwelchen solchen Ideen. Lasst euch das zeigen. Und zeigen ist, dass der Markt einen starken Anstieg macht. Und was auch immer für euch einen starken Anstieg macht, das hängt ja davon ab, ob ihr jetzt sehr stark Intraday unterwegs seid, dann sagt ihr schon, oh, starker Anstieg, wackele ich runter, ich gehe hier rein und nehme hier die 10 Punkte mit. Damit kann ich einige aber nicht begeistern, weil die sagen, 10 Punkte, da stehe ich nachts nicht für auf. Oder morgens, sage ich mal. Ja, das muss schon ein bisschen mehr sein. Na, dann muss die Situation halt irgendwie so aussehen. Das Szenario ist das Gleiche. Ihr braucht eine starke Richtung, die eben idealerweise nicht dreiwellig ist. Weil wir ja gesagt haben, dreiwellig ist überschneidend. Und eine Gegenbewegung, die überlappend ist oder eben dreiwellig umgekehrt. Ja, so. Das ist hier noch nicht zu sehen. Das heißt, wenn ihr unbedingt müsst, es gibt noch keine Long-Szenarien, also dann mit dem Trendshort. Ich finde es unattraktiv. Ich gehe gerne, ungern am tiefsten Punkt oder am höchsten Punkt in die jeweilige Richtung. Das heißt, wenn ich noch mal shorten will, dann wartet wenigstens irgendwie so was noch mal ab, dass es korrektiv in die Richtung geht, halte ich immer für besser. Man verpasst manchmal was, aber schönerweise auch häufiger mal blöde Bewegungen, auf die man auch gerne mal verzichtet hätte. So, und jetzt der DAX. Ja, der DAX ist mein Sorgenkind, sage ich ganz ehrlich. Denn diesen Rücksetzer finde ich nicht schlimm. Wir sind genau dort, wo ich ihn gerne haben wollte. Die Box, die hatten wir letzte Woche schon angesprochen und auch in dem Video am Wochenende, was ich euch ja angekündigt habe, da ist bestimmt, ihr habt es ja gesehen, denke ich mal, im YouTube war das, auf Finanzmarkt war es drauf. Es hat teilweise ja die Links dann auch weitergeschickt und so weiter. Also insofern, ihr habt diesen Rücksetzer vom Ausmaß super, genau wie geplant. Einzig die Form gefällt mir nicht. Der Ton macht die Musik und der ist in dem Fall ziemlich beleidigend, wenn man das so will, zumindest mal für die Bullen. Denn für den bullischen Markt hätte ich mir gewünscht, dass es wackelig runter geht. Ja, aber es geht steil runter. Und das ist eben nicht das, was ich will. Ich wäre super glücklich, auch mit dem Ausmaß, wenn er das gemacht hätte oder noch ein bisschen tiefer. Dann hätte ich gesagt, ey, cool, wackelig, er geht danach nach oben. Aber er ist eben nicht wackelig nach oben. Deshalb habe ich ein wenig Sorge, dass wenn er jetzt wackelig hochkommt, korrektiv hochkommt sozusagen, also so wie hier stark hoch, dreiwellig runter, nur umgekehrt stark runter, dreiwellig hoch oder eben wackelig, dass er dann sagt, naja, typischerweise, also bis dahin finde ich es noch nicht schlimm. Aber wenn er dann diese Marke triggert, ist ja meine Erwartung, dass er das von vorne nochmal macht. Wir erinnern uns, dass von vorne nach der Pause nochmal oder sogar mehr. Das ist so das typische Bild. Und das wäre doof. Also dieses Niveau finde ich nicht schlimm. Wir sind noch fett im absolut Okay-Bereich. Das Problem ist, an der Stelle sehe ich dann schon, oh, das Ziel ist jetzt hier unten und dieses Kursniveau finde ich nicht mehr akzeptabel eigentlich. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt hatte ich irgendwo ein Feedback mal bekommen. Könnte das nicht sein, dass das hier vielleicht sogar ein bisschen anders ist? Ich mache das bewusst mal so hässlich drüber. Dann darf doch hier eine größere Korrektur sein. Ja, das ist so der Rettungsanker, den ich hoffentlich noch habe. Also, weil der amerikanische Markt nicht so aussieht und wer jetzt verwirrt ist und sagt, wieso, verstehe ich nicht, Rüdiger, da ist es doch auch steil runtergekommen. Ja, aber hier sind wir mit dieser steilen Bewegung schon da, wo diese Bewegung idealerweise fertig sein sollte. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf den Dow Jones. Hier sind wir zwar auch steil runter, aber da sind wir ja noch einen Kilometer entfernt, wo diese Bewegung ohne weiteres Landen werden sollte. Also ihr seht, auch wenn es hier ähnlich steil ist, das Ausmaß ist halt noch ein viel kleineres und deshalb ist es im amerikanischen Markt noch nicht so die ganz große Sorge. Das ist vielleicht auch die Hoffnung für all diejenigen, die auf den DAX gucken, dass der DAX vielleicht ja, wenn die Amerikaner ja doch erst noch nicht fertig sind, dann sich dann eben doch noch mal dann befleißig, dann doch noch mal umzudrehen. Die Chance sehe ich durchaus da. Deutscher Markt finde ich kritischer aktuell beim amerikanischen Markt, bin ich ehrlich gesagt noch ganz guten Mutes. So, ihr schaut euch jetzt mal den aktuellen Nachmittagsverlauf an. Wir können noch einen allerletzten Blick auf den Nasdaq werfen, aber ihr seht, das ist auch nicht großartig anders. Den finde ich nur am undeutlichsten. Deshalb bin ich da ein bisschen aussagearm. Aber was das kurzzeitige Bild angeht, also sieht das jetzt nach kaufen aus? Ne. Soll ich jetzt noch hier verkaufen? Ja doch nicht, wenn er schon so weit gelaufen ist. Dann wartet, dass er irgendwie korrektiv nach oben, irgendwie pausemäßig, dreiwellig, wackelig, dreiwellig, irgendwie was macht. Im Großen, im Kleinen, das ist erstmal egal, aber irgendwie sowas in der Richtung, dass ihr sagt, ne, das ist schon okay, dreiwellig, das ist korrektiv, falsche Richtung, wenn er das durchstößt. Dann gehe ich halt noch mal, schaut. Das könnt ihr ja hier im Zweifelsfall auch dann noch mal machen. Aber da unten jetzt zu shorten, ist Geschmackssache, finde ich nicht so attraktiv. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen was bringt. Ich weiß, dass sich viele immer viel konkreter und klarer das wünschen, aber dann würde ich diese Videos ja noch länger machen müssen. Schaut euch das Wochenendvideo gerne an zu den Crash-Szenarien bei den Indizes und gegebenenfalls denkt noch mal an den Trade des Tages. Das motiviert mich da auch immer wieder konkrete Trades vorzustellen. Und dann machen wir das und im Born for Trading kriegt ihr die ja dann auch. Also, da finden wir dann schon eine Lösung. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.